Dann legen wir los, wir fahren los. Mal sehen, wie viele ich umlege. So, dann kommt wieder Herd, dann fährt der Nächste. Oh ja, guckt mal, wie das aussieht. Ich mach mal Ego-Sicht. Nee, geht nicht. Egal. Wen hab ich alles umgelegt? Niemand. Okay, Kopf schnell wegmachen. Warte, stellt euch da wieder hin. Ich mach mal einen schnell Kopf weg. Ja, wie kommt die Frau denn jetzt hier rein? So. So, ich komm wieder hin. Leute, stellt euch da wieder hin, alle. Alle wieder hinstellen. Ich sag, wer zunächst dran ist. Wer bringt eigentlich die Polizei hier mit her? Nicht schießen, Leute. Was macht ihr da? Dann Zink. Ich hab gar nicht gesagt, dass du dran bist. Naja. Ich sag, wer das... Wer jetzt dran ist. Leute, stillhalten. Wer macht mich denn hier nach? Bad. Okay, der hat nicht... Okay, alle wieder hier hinstellen in der Mitte. Ich geh mal ganz nach vorne. Nee, ich will mir das ja... Ich will ja nicht mit drauf gehen. Dann muss ich auch wieder von... Wieder herkommen. So, kommt ihr alle hier her? Leute? Ach, die sind ja alle tot. Die kommen gleich. So, ich warte auf euch noch. Wer macht das jetzt zuerst? Babel. Okay. Eigentlich hab ich ja nicht gesagt, dass er das soll. Egal, jetzt steht er da hinten. So. Ich warte auf euch noch so ein bisschen. Kommt. Fahrt ein bisschen schneller. Ja. Die haben ein bisschen die Leitung noch. Ja, wechsel die Outfits. Genau. Nicht immer das gleiche, was ich anhabe. Lass den Cop mal vorbei. Ah, gut. Keine Cops hier mit herbringen. Waffe bitte weg. Waffe weg. Keule. Waffe weg. Keule. Keule. Waffe. Ich mach das nur. Ich mach das nur. Der hat nicht Waffe weggemacht. Waffe weg. Prox Gamer nicht. Ich bin ja der Einzige, der das machen darf. So, stellt euch da in der Reihe hin. So, auf der gelben Linie wieder. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Ah, das dauert mir zu lange. Okay. So, in einer Reihe aufstellen, Leute. Okay, da ist Selbstmord gemacht. Ne, das war auszusehen bestimmt. Okay. Dann fahr mal los jetzt. Mal sehen, wie viele Leute er umlegt. Mal sehen, wie viele Leute er umlegt. Ich hab hier jetzt keinen umgelegt. Kommt der schon? Bubble. Ja, gerne. Kein Problem. Aber nächstes Mal ein bisschen Respekt. Wegen Waffen und so. Ja, ja. Oh, wie viel hat der umgebracht? Wie viel hat der umgebracht? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne, nicht fünf. Der zählt nicht dazu. Vier eigentlich. Okay. Der nächste bitte. Keks darf mal. Keks, machst du? Such dir ein Auto aus, das hier steht. Bitte Fahrzeuge für alle. Ah, was haben wir hier denn so auf dem Boden? So, Auto weg. Goldener Adler, Auto weg. Kommt wieder hierher. Volle Lobby, Leute. Volle Lobby. Auch wenn einer aufgeht, kommt einer wieder rein. Gut. Nicht schlagen, Sammy, nicht schlagen. Stellt euch wieder in einer Reihe auf. So. Jetzt ist die Linie weiß. Wie kann das denn sein? Das ist ja komisch. So, sind sie alle hier? Ja, gleich. So. Die anderen kommen noch gerade. Jetzt macht das erstmal der Keks. Komm, Mann, der Keks. Halt deine Stellung. Gleich bist du dran. Alle in einer Reihe aufstellen. Alle sind gleich da. Noch zwei. Ein paar Leute schaffen es nicht. Doch, die kommen auch schon. So. Werde ich alle da? Wieder ein Bulle. Ja, jeder ist mal dran. Ja, jeder ist mal dran. Jeder darf mal mitmachen. Also, wenn das Video rauskommt. Also, wenn das Video rauskommt. Ja, ich habe das auch beim letzten Video beschrieben. Ich sage das jetzt nochmal. So, kommt ihr alle hierher. Wenn ich ein Video rausbringe, zum Beispiel, wenn ich eins mache, heute. Wenn es eine Stunde oder zwei Stunden geht, dann teile ich das auf, auf zehn Minuten, ein Video. Und jeden Tag stelle ich zwei Videos hoch. Also, 20 Minuten in zwei Videos. Dass ihr Bescheid wisst. So, dann kann es losgehen. Fahr mal los. Mal sehen, wie viel er erledigt. Nicht schlagen. Nicht schlagen. Wer ist das denn hier? Nicht schlagen. Zemi, Zemi. Zemi, behalte dich. Entstellung. Oh, sie ist schon ganz rot. Sie hat die Tage heute. Prox Gamer. Dann los. Keks. Drei, zwei, eins, go. Los. Kommt der eigentlich? Keks. Was ist denn, schon wieder schlagen? Ah, scheiße, 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 scheiße. Ich habe gesagt, ihn schlagen. Keks. Weil er schon wieder den Controller verlassen hat. So, das spinnt ein Auto. Welches Auto denn? Was? Nicht hupen. Nicht hupen. Hallo. Oh, er kommt schon. Aber ich bin nicht dabei gerade. Aber egal. Wie viel hat er erledigt? Ne, der zählt nicht dazu. Ein, zwei. Zwei Stück hat er. So, aus dem Weg, Jan. Mit dem Auto weg. Der nächste ist Zemi. Zemi wollte jetzt mal. Zemi sucht ja ein Auto aus. Danach ist der Adler dran. Danach ist der Adler dran. Okay, er sucht gleich das große Auto aus. Kommt alle hier her. Zwei Leute sind tot, aber jemand hat jemand anderes getötet. So, Bubble aus dem Weg. Komm, nicht hier Dancing spielen. Dancing Floor. Komm, weg da. So, Zemi ist dran. Stellt euch alle hier hin wieder. Das Prinzip habt ihr jetzt verstanden, wie ich Videos hochlade. Noch nicht, ne? Noch nicht. Noch nicht. Ich sag Bescheid. Wenn alle hier sind. Soweit. Fast alle. Ein Fahrrad. Da kommt jemand mit einem Fahrrad an. Wer ist das denn? Mir egal. Ist klar. Mir egal. Du bist mir auch egal. Aber nicht ganz. So, stellt euch jetzt hier her. Da kommen noch welche. Nur wenn die in der Nähe sind. David. Okay. 30 Sekunden geht's los. Kommt hier her, Leute. Kommt hier her. Keule, komm her. Game. Prox Gamer. Das soll doch nichts. Wirklich Prox Gamer. Ich sag das immer wieder. So, bleib hier jetzt. Ball. Bubble, was machst du da hinten? Lass das mal. Der nimmt richtig Anlauf, oder? Sammy. Bubble. Warte mal. Bubble, geh jetzt aus dem Weg da. So. Sammy. So. Kann's loslegen. Los, fahr. Sammy. Komm her. Kommt. Auf den Strich hier. Los. Okay. Prox Gamer. Weiter auf den Strich. Gut. 3, 2, 1, go. Los, los, los. Oh Gott. Ich finde sterben. Ich finde sterben. Oh, scheiße. Scheiße, Mann. Ey, scheiße. Wie viele gehen drauf ein? Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Ich glaub, du hast am meisten jetzt umgelegt. 6 Leute. Der Adler ist jetzt dran. Gehst du nach hinten? Wir kommen gleich. Okay.